Musik Noch eine ganz kurze Folge, damit wir nicht... ...weil wir so nicht abspeichern können, also... ...ganz schnell... Einfach breitig. Eine Cutie. Spätig. Hör auf. Oh. Eine Leiche. Schwarz. Die Tonnen. Die groß, äh... ...käfigartige... ...in einer Ecke lag die grausamer zugewöhnliche Leiche eines Forschers. Im Vergleich zu den ersten Tonnen wies dieses Opfer gewunden auf. ...und haben sie 200 Prozent oder so groß. Ja, ich wurde von etwas Großem verwundet. Dieses hier wurde von einer Art Kreatur angegriffen. Ja. Das heißt, kann ich dabei sein. Als ich mir die Spur der Kommission ansah... ...spürte ich etwas. Also... ...so sehr es in einer dunklen Linie beginnt. Ja. Ja. Was muss das sein? Und wir müssen uns beeilen. Ja, weil wir noch ganz zu wenig Videozeit haben. Ja, ja. Oh, so lange... Wir müssen ein Mini-Video dieses Jahr... ...müssen wir schnell machen. Vielleicht fehlt mir noch ein Spur der Kreatur. Das war feiner. Wir müssen nach vorne durch. Jetzt und jetzt drauf. Mit einem Müssen. Mit einem Müssen. Und ist er los. Ja, das muss überlegen. Wenn man das nicht weiß... ...dann ist es ganz schwer, hier weiterzukommen. Einfach weiter. Ja, kann man gar nicht von dir kommen. Hab Glück! Vorne direkt weiter. Ach so. Ich weiß, es kommt. Ich wollte es nicht mehr zu lange machen. Man sieht hier, es raschelt. Ist das süß! Das ist gut süß! Das finde ich doch auch, oder? Süß! So tolles, mitteliges Teil hätte ich auch gerne. Mhm. Außer... Guckt aber ganz schön drinnen. Ja. Ja. Und nur noch ein paar... Oh! Sie gucken auch nicht. Guckt uns da an. Ich fieb so kaum. Es pelt sich. Oh! Was weiß ich. Oh! Was weiß ich! Und... Sie hören ihn noch nicht leer. Hm. Einfach da auf dem Topperons durchlaufen. Oh! Komm auch Energie! Und? Irgendwo ist ein verstecktes Netz. Ah ne! Ich weiß es kommt. Aber... Da haben wir eigentlich keine Zeit mehr. Ähm... Zurück! Jaja... Da oben höre ich das zu sehen. Ja! Da hoch! Kleine leuchtende Punkte die auch an. Ja. Und schnell den machen. Dann müssten wir jetzt die Mod beenden. Einfach anziehen. Ja. Und schnell durch die Tür und speichern. Wenn es den Speicherpunkt gibt. Oh, mach den Knopf. Fester Schuss. Oh, Knall. Äh. Okay. Ja, das war das Ende der Pa...